Ah! Da rennt mir hinterher der Random Nein! Ja! Ah! Mit der Angel runter gehauen Sehr nice auf jeden Fall Oh warte ich will grad wieder die Angel einsetzen Komma Phil, komma Kann ich jetzt den seine Sachen Ja Drop the bass Yo Leute euer Beatz heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video Wir spielen heute mal wieder Jump League Ja, aber heute nicht alleine Einmal mit dabei ist der liebe Dr. Banks Hey ho Und der liebe Fifa Nein, ich hab mich vertan Er heißt natürlich Let's Phil Ist doch so die Angewohnheit Ja Angewohnheit Let's Phil ist dabei Ich bin's Ich hab ja die letzten Ich hab wirklich Ich hab mal geguckt Sehr sehr viele Aufnahmen mit Ja Fifa gemacht Mit seinem alten Kanal Deswegen ist es einfach noch so stecken geblieben Aber es ist natürlich Let's Phil mittlerweile Leute ich bin so weit So weit war ich noch nie Und wirklich absolut nie What the fuck Ben okay Ben okay Bist du ein kleiner Lob-Up oder Ne das Ding ist aber Phil Ne nicht Phil Ben kann gar keinen Jump'n'Run Nein Achso Mann ich war so weit So weit komm ich nie wieder Was What the gosh Ben kann später rollen An das denken alle so Ich war fast durch Dabei war ich nicht mehr ansatzweise beim ersten Checkpoint Haha What the fuck Ja das so Warst du noch nicht beim Wasser hier Ben Ne man What the fuck Ben ist wirklich ein Anfänger Der kann in Jump'n'Run sag ich mal fast gar nichts Ich hab das halt auch nie gemacht nie geschafft Genau Ähm Deswegen aber der erste Part vom Jump'n'Run ist wirklich sehr schwer Also es würde mich nicht wundern Wenn er am Ende hier von den Jump'n'Run sei Mein Ziel ist ein Checkpoint Das ist echt mein Ziel Nein dein Ernst Ich bin wie Scheiß ist ein Ohne Spaß ist es so blöd gemacht Was denn Das ganze Wasser Ding Muss ich nochmal neu machen Wegen einem Sprung Das dauert nicht lange Das Wasser Ding Ich bin so Das kriegst du relativ schnell hin Das Wasser Ding Doch Ja stimmt Jetzt wo man es so macht Einfach so zack Einfach durch springen Ja trotzdem Bei den anderen musst du aber aufpassen Musst du wirklich Relativ weit hoch schwimmen Bevor du da rüber springst Ja Das ist wirklich Ben hat da wirklich ein schwieriges Jump'n'Run getroffen Das muss man sagen Mann ey Wenn er schon so sagt Sein Ziel Wo ist der Checkpoint nach dem Wasser Oder so erst Äh was Wann ist denn der erste Checkpoint Vor dem Wasser Nein nein Vor dem Wasser ist schon ja Oh zum Glück Mal gucken ob du es schaffst Also Ich war fast da man Aber ich bin einfach zu Oh welcher dumm der Kacke Ah fuck So Distance let's fill 130 Gönn dir Chaito Distance 7 Das bin ich übrigens What the gosh Ich bin da ganz Ah hier ist noch so ein anderer ganz am Anfang Das heißt ich werde nicht mit dem so übelst battlen Ja gut Du kannst ja deine Rüstung schon mal angucken Die ist nicht so Das gelbe vorbei So viel Pech ich habe hat Ben bessere Rüstung als ich Kann er gar nicht Oder hast du schon eine Kiste Ben? Nein ich habe fast eine Ah Oh der arme Ben Also bitte Ben quäle dich nicht so Ey du musst nicht sein ne Oh man hier Leute Ja warte mal wie kommt man hier überhaupt weiter Hier war gar kein Sprung mehr Ah doch da rein Gott der eine ist noch schlechter als ich Der kommt Er ist gequittert Oh man Aber ich werde weiter kämpfen Oh Ben Richtige Entscheidung Ist ernsthaft Nein Alles nochmal von vorne Nein Ich bin fast beim Checkpoint Aber wie kriege ich jetzt die Kiste? Ähm Sneaken auf jeden Fall Ich weiß nicht welches das ist Sind da so Zäune an der Seite Ja die ist unter dem Ding Ja da musst du sneaken ganz am Also so in der Mitte von einem Zaun Und dann rechts klicken Aber wirklich sneaken nicht dass du dann runterfällst Ah man Ah ich hab's Fuck Phil ich bin am gleichen Checkpoint wie du Nice die erschwert Echt? Ja als ob Gibt's gar nicht Das war so hart Das kann man sich nur Jetzt Leute ich bin beim letzten Sprung vor den Checkpoint Beim ungerüst Ich sehe ihn ich bin beim allerletzten Krass erzähl mir bitte mehr davon Ich habe ihn Leute ich habe mein Ziel erreicht Best Player EU Jetzt versuch mal den zweiten Checkpoint Der ist auch mega schwierig Kann man durch das Wasser springen? Ja klar Du musst erst mal ganz nach oben springen und dann nach vorne Äh ganz nach oben schwimmen meine ich Im Wasser Immer ganz nach oben schwimmen Achso ok Und wenn du auf die Leitern jumps Ich gebe dir den Tipp immer sneaken ne Sollst du aber wissen Ah nice alter Der Checkpoint ist wirklich scheiße ne Ja ach ne Immer so auf die Seite so hoch springen Hast du da schon die Kiste geschafft zu looten? Jawoll ich habe die Kiste Leute Oh mein Gott ich bin so gut Die erste Hahaha Ja die erste Achso die Kiste da habe ich auch schon Hä jetzt gibt es aber zwei Wege Einmal links Einmal rechts Ja geh 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 den Wasserweg der ist leichter Da muss ich jetzt auf die Kiste stehen Stimmt da gab es zwei Nein ich habe nicht gesneakt das Oh nein das war so inkompetent Boah Beat schaffst du das auch als grad nicht Das ist echt schwierig der äh äh Dieser Part vom Jump'n'Run Ja man Aber wir haben ja noch genug Zeit Ja das stimmt Hoffentlich wird das was Leute ich hoffe euch gefällt Äh Jump League Ihr könnt das gerne mit einem Daumen nach oben bewerten Also falls euch dieser Spielmodus gefällt Und falls ihr äh Bock habt näher davon zu sehen Gebt jetzt einfach mal einen Daumen nach oben ab Äh wäre mir schon wichtig 5000 Likes 5000 Likes 5000 Likes dann gibt es Facecam Ja Oh Alter das Video push ich so alter Oh Schaffst aber nicht Leute liked alle das Idee des Video siebten Musters zeigen Dann Beats wird es Ne sag mal ohne Spaß Ja geschafft Wird es es ernsthaft machen Weiß ich nicht Aber es wird nie dazu kommen Nein der letzte Sprung beim Wasser ist ja übelst mies Die Leiter ist ja einfach so im Nichts Ja schaffst aber trotzdem Wie gesagt Sneaken Das schaffst du doch Äh okay ich bin bei dem Checkpoint Phil Ich hab's geschafft Mann ich bin so easy da durchgekommen Lacker Nein ich hab's nicht geschehen Ich muss dann eigentlich nach da springen Das wusste ich aber ich hab ne Abkürzung hier Und hier ist auch schon die Kiste Ja wow Sehr schön Richtig cool alter Oh mein Gott Hier sind so manche Scheiße Phil ist wieder mad Alter es ist nicht mehr normal Es ist nicht mehr normal Es ist nicht mehr normal Ich komm bei dem Wasserding richtig easy durch Und jetzt ist wieder der letzte Sprung Also der vorletzte Es ist nicht mehr normal Aber einfach drauf Gegen die Leiter sag ich mal springen und dann sneaken Ben Komm das schaffst du Ja Nein ich bin da hin Ich hab's geschafft Bin auf diesen Block gesprungen Also auf diesen seitlichen Weg quasi Und bin dann einfach geradeaus runtergelaufen Ah Oh man alter Guck aber ein bisschen Übung Das macht auch Finde ich relativ viel Bock so ein Jump Run Ab und zu Nein ok Jetzt bin ich zu Jetzt wollte ich zu viel Zu schnell Oh man Ganz ruhig Aber ich bin weiter gekommen Also mein Ziel ist ja eh schon längst erreicht Also ich bin ja quasi hier schon Ne Ja Ist ja Bescheid Ich bin auch nicht der schlechteste Weil change mine Ah der ist genauso weit wie ich Was für ein Battle Zwischen uns Not gegen Elend Aber naja Hey seid ihr schon komplett durch oder Nein nein Wenn wir komplett durch sind wird das ein He reached Checkpoint Lol Ich bin auch gar kein Checkpoint gegangen Ich bin aber gleich durch Jetzt bin ich wieder bei dem Sprung So Phil hat es mittlerweile auch geschafft sich Ja Ja sogar Checkpoint noch weiter Nein ich bin wieder drüber gesprungen Das darf doch nicht wahr sein Ja aber Phil ich würde sagen du hast keine Chance gegen mich Halt die Schnauze Wie kann man sich denn so dumm anstellen wie ich? So ich leg die Diashuhe Also Ben soll ich dir noch ein bisschen Zeit geben oder? Nö nö Lass Soll ich dir denn Okay So lass Ben ein bisschen Zeit Die aber nicht Planner Wichser Danke Wie er so Zeit für sich will und das so verkauft Ich will nur weiter als der eine sagen Jawoll Ich bin weiter gewesen Gibt's da Kisten? Hier sie abfeiert Gibt's da Kisten? Kisten auf der Map Ne ne Ey das ist ne Black Ops 2 Map Ah Ey der hat keine besseren Sachen als ich den Oh nicht Oh Phil Ich hab bessere Sachen als du Das weiß ich schon mal Mensch Ne Warum? Oh nee der rennt weg man Oh oh Beats her auf damit Oh man oh man oh man GG bin tot Ach hier gibt's das mit Leben? Ja klar 3 Leben Si si klar ok si Sonst staub ich den ab den ich gegen den ich gerade gekämpft hab Easy is the change man War das der change man? Ähm ein Pinguin war das auf jeden Fall Ah Pinguin? Ok Hey der hat aber nur noch einen Oh fuck oh fuck Ah war das knapp Hm Das ist Cargo Und wenn du einen Kills kriegst du Regeneration für paar Sekunden Für 15 Sekunden oder 20 Sekunden Damit man eigentlich abgestaubt werden kann Genau Also keine heftige Regeneration aber so ein bisschen Wrecks halt in sag ich mal 15 Sekunden fast oder 20 Sekunden fast voll Ah Ok gut Phil wie geht's dir so? Mir geht's gut und dir Du hast auch noch 3 Leben? Ok ich auch noch Ja Ah nicht dass du jetzt irgendwie sneakst Das sind so Spiele da ist Phil Der sneakt immer auf der Map Bis der alle Leben noch voll hat Nee 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 Nö nö Alter keine Chancen mit meinem Equip Nein Alter Schwede Ja da musst du wieder die Pingits raushauen Mensch Da geht ja nicht Ich hab nur ne Holzachse alter Hm Ja da musst du halt defensiv spielen ne Hab noch allen Leben Wer Hauptsache dritter wären Oh da ist ein Hacker Da ist ein Hacker Da ist ein Hacker Der hackt hundertprozentig Oder? Ich weiß nicht Der hat auf jeden Fall komisch gekämpft gegen mich Aber ich weiß nicht Jetzt kämpft da grad so ein Phil Der ist grad so hackt Hahaha Fährt jetzt richtig ruhig weil er so rumkehren ist Jawohl ich hab ihn aber ich hab ihn noch ein zweites Mal tönen können Nö nö Aber hätte ich nicht geschafft ohne TNT und Bogen Ok So ich hab alle drei Leben und Ben und der andere Typ haben noch Ha Der rennt mir hinterher der Random Nein Ja Barsch Mit der Angel runter gehauen Sehr nice auf jeden Fall Der Typ rennt mir hinterher Oh jetzt ist nicht mehr so was Oh Mensch Phil Jetzt hast du gleich kein Leben mehr weil ich dich jetzt nochmal ragman Oh Phil is mad Ich will vor Phil sein Das ist ja richtig geil Alter Alter was so krasses Equip du hast äh Beats Ich? Kette und Eisensteinschwert Ich hab die als Schuhe Hast du gesehen? Ja ich guck dir grad zu Ja du bist hinter mir Da oben ist Ben Beats 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 Hallo Beats 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 Ich töte jetzt erstmal den Hacker Er kommt nicht zu mir oder? Hallo Beats Moin Oh warte ich will grad wieder an die Angel einsitzen Komm mal Phil Komm mal Kann ich jetzt den seine Sachen machen? Ja Nein Hahaha Was ist der los? Hahaha Hahaha Ja Jawohl Phil Alter Lasst Phil töten Lasst Team gegen Phil Ok komm Team gegen Phil Leute Oh man Ben halt die Schnauze Phil ist noch mad, würde ich sagen. Phil ist mad. Ich sehe ihn, ich sehe Phil. Phil ist am Ufer. Ach nee, das bist du. Phil ist hier oben. Phil ist bei diesem Sniperhaus. Da ist er, ich sehe ihn. Dann versuch du mal gegen ihn zu kämpfen. Ja, genau, mein Neul. Ich spectate euch. Spectaten vor allem, Alter. Hey, lol. Du hast bei mir ein Dingens. Ben. Du hast bei mir ein, hier, mein Concave. Okay. Bitte nicht Beats, hör doch auf Beats. Oh jetzt, jetzt Tütti, Tütti, Tütti. Ah ja, rennt weg. Jawohl. Lefty. Hey, mein Mein Concave. Oh, Alter hat das gedeckt. Okay, jetzt muss ich dich leider abstauben. Bist du voll, ja, ne? Ohne dich, easy. Ja? Ja, pass mal auf. Okay. Komm, mit Feilen ist es sogar noch unfair. Ich kämpfe mit... Oh, ey, der unfaire Hase. Er kämpft nur mit Steinschwert. Ist natürlich fair. Ja, ich habe kein anderes Schwert. Ich wollte ein anderes Schwert nehmen, aber ich habe keins. Oh, das ist jetzt sogar knapp. Ja, als ob, aber knapp, mega knapp. Er schiebt mein Headtack, 3 Items. Lol. Nex. Jay, Jay, Leute. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. War auf jeden Fall eine lustige Runde. Und ja, Phil, sei bitte nicht zu mad, aber alles für die Show, ne? Alles für die Show, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Jo, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich sehr freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls euch das Ganze, wie gesagt, wirklich gefallen hat und falls ihr mehr von Jump League gesehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, schaut bei den anderen, äh, bei den beiden... Hau da rein. Schauen bei den anderen beiden, äh, vorbei, die hier beim Video vorbei waren. Einmal Dr. Banks und einmal Let's Phil. Beide Kanäle sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Und ja, checkt noch die anderen Links in der Beschreibung ab. Bis morgen, Leute. Euer Beatz. Tschö.